Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die eigene Liebe zum Ruhrgebiet zu zeigen. Sie können zum Beispiel Strandurlaub am Rhein-Herne-Kanal machen. Sie heiraten Ihre große Liebe in einer Pommesbude. Vielleicht lassen Sie sich aber auch eine Zeche auf den Hintern tätowieren. Oder Sie zeigen Ihre Liebe zum Ruhrgebiet online. Sichern Sie sich ein Stück Heimat im Netz. Sichern Sie sich Ihre persönliche Punktruhradresse und machen Sie Schluss mit sperrigen Notlösungen. Natürlich gerne für sich selbst, für die Ehefrau, für die eigenen Kinder oder vielleicht für Ihren Fußballklub. Registrieren Sie jetzt! Registrieren Sie jetzt! Ja! Ja! Registrieren Sie jetzt! Vielen Dank.